Und während dem Kämpfen darf ich nicht so leise, John, da und werden so hoch konzentriert und so. Hm, ja. Ich bin doch normal einer, der wirklich gern labert im Spiel, aber hier werde ich immer so leise. Komm schon, hier, zack. Du noch mal eins auf die Mutze. Du auch, komm, ich kenne euch doch. Ihr wollt doch alle mal. Und ich bin wieder nicht in den Modus rein, so. So, Scharfschützenmodus. Wäre eigentlich nicht verkehrt, wenn ich das wirklich im Scharfschützenmodus mache. Naja. So, dich noch exekutieren, dann ist Ruhe. Schön. Das mit den Dingern war halt ein Schuss in den Ofen. So, komm, Junge. So, du schreist hier nicht mehr rum. So. So. So, und dann im unglaublichen Modus hier. So, dann geht es hier ein bisschen leichter vonstatten, dass die tot sind. Nachladen. So, die müssen wir uns irgendwie vom Leib halten. Sieht ja jetzt nicht mal so übel aus. So Verpiss dich Leibst du mir vom Leib So So exekutieren hier Dann ist Ruhe Fuck So Hier sind noch ein paar Jungs So T So jetzt ist aber Ruhe hier gleich So Aber jetzt hier Seid es geworden So dann suchen wir hier mal einen Ausgang So geht doch So muss das laufen Endlich Zeit ist es geworden dass wir das hinbekommen Jetzt flüchten wir natürlich wieder spektakulär hier Alter Das waren Gefeile hier Das ist nicht unbedingt schön Alter Er hat so Mäuse melken Jetzt werden die Imperialen ihren Nachschub bekommen So Jetzt haben wir hier voll Captain Titus Auf ihr Wort kann man sich verlassen Danke Wie ist ihre Lage Leutnant Wir sammeln unsere Verwundeten ein Und werden dem Wohnblock Andres einen Außenposten einrichten Da das Geschütz nun außer Gefecht ist Kann unser Versorgungsschiff dort landen Sehr gut Meine Brüder und ich müssen alle funktionierenden Titanen der Warlord Klasse sichern Bevor die Orks sie plündern Viel Glück So dann haben wir ja das neue Einsatzziel Da laufen wir doch direkt mal hin Wir brauchen definitiv mal wieder Muni für unsere Knarre So Ihr Feiglinge So Die laufen alle davon vor uns Wieso Ihr Feiglinge So Nehme ich mal wieder sowas hier Jetzt haben wir wieder ein bisschen versorgt Muss ich eigentlich die Augen offen halten Dass hier noch mehr so Zeugs rumliegt Wenn ich das jetzt einfach nur übersehe Das wäre ein bisschen taktisch unklug Wie hier zum Beispiel Hier Granaten Haben wir wieder drei Stück Für das da so um die zwölf drin gelegen sind Ne drei Stück Dingens Ist jetzt direkt mal schlecht für Gut hier ist wohl nichts mehr Dann laufen wir mal wieder diesen Netten Orks hinterher So Der Modus ist noch nicht ganz Ja Nur ein Teil gefüllt Aber Naja Das kriegt man schon Da kommen wir schon hin zu So wie wir es brauchen So Da wäre noch eine Munitionskiste Aber wie komme ich da hin Da muss ich von oben hin kommen Irgendwie mal Aber wie Wie ist die Frage So Ist immer lustig wenn der läuft Pam 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 Oh Es wird gleich Irgendetwas passieren Das ist ein Zeugnis für die Macht des Imperiums Der Adeptus Mechanicus hat meisterhafte Architekten Ihre Arbeit hat sie alle überlebt So Sind wir jetzt voll mit Muni wieder Sieht wohl oder übel so aus Geht's ja direkt Was in die Jungs Namen ist das Nichts Gutes Meistens so ein Spiel Hatte der Leut hat nicht gesagt Dass die Schienen zum Komplex führen In dem die Titanen sind Die bekämpfen sich gegenseitig Oh man Oh man oh man Das wird lustig Ich hoffe dass wir die Orks Von diesem Planeten hier noch wegfegen Hallo Komm euch Kriege ich doch so platt So Dich exekutiere ich Bam Sledgehammer mäßig Alter Die Explosionsviecher Die sind echt noch mein Tod Gut war's schon ein paar mal hier So Schnappen wir uns gleich die nächsten Pam Dann haben wir hier gleich wieder Die Lebensenergie voll Ja ja Komm Verpiss dich mit deiner Granate Gegen mein Messerchen Hast du eh nichts mehr zu melden Du genauso wenig So Nein Ah Ich hasse die Viecher Äh Hörst du auf Exekutieren wir dich halt Wenn du dich darum bittest So Gehen wir halt wieder Diese schnucklige Waffe Hier haben wir ein Loch zu verkriechen Ja was war denn das für ein Wurf So Hier geht auch gleich drauf So erstmal die Schussfuzzis umbringen Dann die anderen Immer der Reihe nach Keiner muss drängeln hier So Bäm Und dann drehen wir uns um Und machen wir den Rest noch glatt Natürlich im Auge behalten Nicht dass wieder so ein Sprengpiecher Daher kommt So aber trotzdem haben wir irgendwie Mords an Lebensenergie verloren So Laden wir hier nach Dass wir hier gut gewappnet sind Falls hier der nächste Ansturm kommt Ei 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 Was wird das für eine Monströse Waffe sein Bin ich schon gespannt drauf So Wo muss ich hin Darüber Natürlich schieße ich nochmal auf dich Alter Ja ja klar So Den grapsche ich mir gleich mal Prima um Und dann geht es hier munter weiter Ich wusste doch Da ist noch einer So Du hörst auf Die Explosionsviecher Die ringen mich jetzt schon auf Das sind dann fast schlimmer als Creeper hier Vor allem noch tödlicher Jetzt haben wir hier die Mordsrüstung Aber trotzdem Müssen wir hier Angst haben Dass die uns hier vernichten So So Du hörst auf Gut drauf geschossen Jungs So Die vier ringen echt auf Hört ihr auf So Aber jetzt ist hier mal Schluss mit euch Mit diesen Creeper verschnitten Ich hör schon wieder ein Aber wo Kann er auch so unverhofft auf mich treffen Der hängt fest Ist auch niedlich So Dem helfen wir doch gern raus Wenn er da so wackmäßig festhängt Wenn man hier Nichts gescheites Nichts was wir brauchen können So Dann müssen wir hier zu diesem Missionsziel gehen Wanken wir mal schön langsam hoch Und gleich wird wieder ein Mordsgefecht Geben Oder eine schöne Sequenz Los Stoppen wir den Rambog Zeit bis zum Aufprall Weniger als 6 Minuten Sehr gut genug Hab ich jetzt Ne Ne Zeitdingens oder was Ne Zeitbegrenzung So Hier ist es mir so still So 6 Minuten haben wir Zeit Wir werden gleich Unmengen an Gegnern hier uns Behaken Natürlich du wieder So Du gibst Ruhe So Aber die gehen ja noch Solange die Explosionsviecher nicht kommen Oder der große hier Wow So So Immer drauf auf den Jungen So Aus der Schussbaum von dem Jungen So Der hat Lebensenergie gebraucht Gerade So Das fassen wir mal weg Sicher ist sicher Nicht dass uns das noch zum Verhängnis wird So Hier lade ich nach Dann gehen wir hier Sanft um die Ecken Gucken hier überall hin